Willkommen zurück bei dem Einkaufsplaner eures Vertrauens, wenn es um gute Thriller-Kost geht. Heute geht es um die besten Streifen in dem Genre aus dem Jahr 1992 und wenn ich eines mit Sicherheit sagen kann, dann dass der erotische Einschlag in diesem Jahr so richtig losging und wir uns in den nächsten Folgen auf einiges an nackter Haut einstellen dürfen. Es wird also intrigiert, gefögelt, erstochen, gefögelt, erschossen und fremdgefögelt, aber scheinbar kam das ziemlich gut an bei den Leuten und ich bin ehrlich, so ein bisschen Völk-er-Verständigung kann ja nicht schaden. Außerdem war die generelle Auswahl an Filmen wieder exorbitant groß, weshalb mit Sicherheit der ein oder andere Film nicht dabei ist, den ihr auf dem Zettel habt und damit rein in die besten Thriller aus dem Jahr 1992. Manche deutsche Filmtitel schrecken einen schon beim Lesen vor einer Sichtung ab. Mein Platz 10 ist genau so ein Fall, denn aus Single White Female wurde Weiblich-Ledig-Jung sucht. Hört sich also an wie eine deutsche Komödie und zumindest in einem Punkt stimmt dann dieser Vergleich sogar, denn es gibt hier nichts zu lachen. Es geht um Alison, gespielt von Bridget Fonda, die gerade aus einer unschönen Trennung kommend eine Mitbewohnerin sucht und in der sympathischen Hedra sogar eine scheinbar gute Freundin findet. Allerdings schleppt Hedra auch noch ein ganz eigenes Problem aus ihrer Vergangenheit mit und stellt damit Alisons Leben gehörig auf den Kopf. Sieht man mal von ein oder zwei Logiklücken ab, steckt hier durchaus ein spannender Film drin. Regisseur Barbit Schroeder sehen wir hier mit Sicherheit auch noch wieder, denn der inszenierte auch einen Streifen mit Nick Cage, in dem er mal nicht der Gute war. Mein Platz 10 Weiblich-Ledig-Jung sucht. Kurt Russell und Ray Liotta in einem Film, na das hört sich doch schon mal nett an. Und wenn die beiden dann auch noch Gegenspieler sind, ja, was kann denn da schief gehen? In Fatale Begierde geht es um das Ehepaar Carr, die eines Nachts von einem Einbrecher überrascht werden. Das Ganze geht jedoch recht glimpflich aus und mit dem Polizisten Davis haben die beiden auch einen guten Kopf an ihrer Seite gefunden. Blöd nur, wenn der sich als ziemlich durchgeknallt herausstellt und offenbar etwas ganz anderes im Sinn hat, als den beiden irgendwie zu helfen. Regisseur Jonathan Kaplan, den man wohl am ehesten als Mann hinter Serien wie Emergency Room, Law & Order oder Without a Trace kennt, inszenierte hier einen schönen Psychothriller, der voll auf die Stärken seiner Hauptdarsteller abzielt. Und nicht nur die beiden Männer liefern ab, sondern auch Madeleine Stowe, die wir, genau wie ihre beiden Kollegen, hier definitiv wiedersehen werden. Mein Platz 9, Fatale Begierde. Der Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa. wurde schon das ein oder andere Mal für Filme und Serien genutzt. Mir fallen da zum Beispiel The Irishman oder Fist mit Sylvester Stallone ein, auch wenn er da nicht Hoffa heißt. 1992 inszenierte jedoch Danny DeVito ein ganzes Biopic über diesen Mann und installierte Jack Nicholson als Hauptdarsteller für den titelgebenden Chef der sogenannten Teamstars. Was wir hier haben, ist eine sehr schön gefilmte, aber auch sehr interessante Biografie eines Mannes, der oft idealisiert wurde, aber selber eigentlich ziemlich viel Dreck am Stecken hatte und mit seinen ganzen ominösen Geschäften mit der Mafia bietet sein Leben natürlich auch genügend Stoff für solch einen Film. Seltsamerweise gab's für Jack Nicholson nicht nur Lob für seine Darstellung, denn neben der Nominierung für den Golden Globe als bester Hauptdarsteller, gab es auch eine für die Goldene Himbeere als schlechtester Hauptdarsteller, für einen und denselben Film. Und dann soll sich der Darsteller mal Gedanken machen, was er jetzt denn eigentlich falsch gemacht hat. Nichtsdestotrotz eine klare Empfehlung von mir für meinen Platz 8. Hoffa Ach die lieben Kinder, wenn sie nur nicht so viel Arbeit machen würden. Das denken sich auch die Bartels, als sie die liebe Peyton als Kindermädchen einstellen. Blöd nur, dass die junge Dame eine kranke Psychopathin ist, die ihre ganz eigene Rechnung mit Claire Bartel zu begleichen hat. Der bereits 2016 verstorbene Regisseur Curtis Hansen hat einige gute Thriller in seinem Repertoire und setzte sogar 2002 den Überraschungshit 8 Mile mit Eminem um. Ein Battle mit Worten gibt es in Die Hand an der Wiege aber natürlich nicht, sondern ziemlich kranken Mist, den Rebecca DeMorne als Peyton so abzieht und wenn man glaubt, gestörter geht's nicht mehr, setzt die gute Peyton immer noch einen drauf. Das mag vielleicht dem einen oder anderen etwas zu viel des Guten sein. Ich fand's zumindest durchgehend spannend und auch ein bisschen abschreckend, wenn es um Kindermädchen geht. Solltet ihr also mal überfordert sein mit den kleinen Scheißern, überlegt es euch vielleicht zweimal, bevor ihr nach Hilfe sucht. Mein Platz 7 – Die Hand an der Wiege Val Kilmer Val Kilmer war in den 90ern durch Filme wie Heat, Der Geist und die Dunkelheit und ja auch Batman Forever ein wahrer Superstar. Umso trauriger ist es natürlich, wie übel ihm das Leben mittlerweile durch seine Killkopf-Krebserkrankung mitgespielt hat. 1992 erschien ein Film mit ihm, den man durchaus auch Anleihen aus dem Western-Genre zuschreiben kann. Hierbei geht es um FBI-Agent Ray Levoy, der mit Hilfe seines Partners Frank den Mord an einem einflussreichen Siyu-Indianer aufklären soll. Gut, dass er selbst zur Hälfte Siyu ist, blöd jedoch, dass er damit rein gar nichts zu tun haben will. Was wir hier haben, ist im Grunde ein klassischer Whodunit, jedoch mit extremem Bezug zu den amerikanischen Ureinwohnern und dem tiefen Graben zwischen ihnen und dem Rest des Landes, aufgrund des unmenschlichen Umgangs mit den hiesigen Stämmen. Also nicht nur spannend, sondern auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema, mit dem sich die Amis bis heute auseinandersetzen. Nicht umsonst erschien erst dieses Jahr mit Killers of the Flower Moon ein Film, der in eine ähnliche Kerbe schlägt oder die Serien rund um Yellowstone von Taylor Sheridan. Wer also tiefer in die Thematik rund um die Ausbeutung amerikanischer Ureinwohner eintauchen will, ist hier goldrichtig. Mein Platz 6 – Halbblut In unserer Einstiegsfolge für das Jahr 1990 habe ich zugegebenermaßen ein bisschen getrickst, um den Twin Peaks Pilotfilm in die Liste zu bekommen. Nun widmen wir uns jedoch dem richtigen Twin Peaks Film, Fire Walk With Me, der handlungstechnisch vor der damaligen Serie ansetzt. Es geht natürlich wieder um einen Mord und merkwürdige Personen in einer merkwürdigen Kleinstadt. Mehr will und kann ich auch gar nicht verraten, denn das gesamte Twin Peaks Film und Serienuniversum von David Lynch muss man einfach selbst gesehen haben. Und selbst dann kann es mitunter passieren, dass man mit drei Fragezeichen hinter der Stirn da sitzt und sich fragt, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade? Kein Wunder also, dass es etliche Interpretationen von etlichen Kritikern, Analysten und der allgemeinen Fanbase gibt, unter die ihr euch natürlich auch sehr gerne mischen könnt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einfach mal reinzuschalten. Mein Platz 5 – Twin Peaks – Der Film Harrison Ford war als Darsteller schon immer mehr als Indiana Jones oder Han Solo. Auch wenn der Mainstream-Zuschauer ihn gerne mal darauf festnagelt. Doch vor allem in den 90ern hat Ford in so einigen guten Thrillern mitgespielt, weshalb ich ihn auch als einen der heißen Kandidaten fürs Treppchen gehandelt hätte, wenn wir eine Liste der Darsteller führen würden. In diesem Jahr war es die Stunde der Patrioten, die eine der zahllosen Verfilmungen rund um die Figur Jack Ryan von Buchautor Tom Clancy darstellt. Diesmal geht es um einen versuchten Anschlag der IRA in London, den Jack vereiteln kann. Jedoch nicht ohne Blut zu vergießen. Also schwört einer der Terroristen, gespielt vom wandelnden Spoiler Sean Bean, Rache an Jack Ryan. Also raus aus dem Knast und los geht die Jagd. Ford unterschrieb auch einen Vertrag für gleich drei Filme im Jack Ryan Kosmos, von denen allerdings nur zwei mit ihm umgesetzt wurden. Mein Platz 4 ist einer von ihnen, mit dem anderen befassen wir uns dann im Jahr 1994. Mein Platz 4 Die Stunde der Patrioten Auch wenn Jack Nicholson in diesem Gerichts-Thriller behauptet, ich könne die Wahrheit doch gar nicht vertragen, ist meine Wahrheit auf jeden Fall, dass eine Frage der Ehre ein grandioser Streifen ist, in der auch Tom Cruise zeigt, was er abseits vom Action-Bombast eigentlich so drauf hat. Und wer mit ihm nicht viel anfangen kann, der findet in den zahlreichen Hochkarätern von damals wie Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland und Cooper Gooding Jr. bestimmt den ein oder anderen, der einem mehr zusagt. Ich muss mich hier auch als großer Fan von Gerichts- und Justiz-Thrillern outen, weshalb ich auch so ziemlich jedes Buch von John Grisham gelesen habe. Schließlich geht auch nichts über ein mitreißendes Schlussplädoyer, in dem das Ruder nochmal rumgerissen wird. Und wenn man noch jemanden wie Nicholson im Zeugenstand hat, dann kann ja nicht viel schiefgehen. Wobei, doch in diesem Film schon. Regie führte auch kein Unbekannter, denn mit Rob Reiner haben wir hier jemanden, der schon mit Misery zeigen konnte, was er inszenatorisch drauf hat. Und damit schuldig im Sinne der Anklage, ein bockstarker Film zu sein, mein Platz 3 – Eine Frage der Ehre. Eine Frau und ihr Eispickel – das muss Liebe sein. Dem geht zumindest Michael Douglas als Detective Curran nach und trifft auf die bildhübsche Catherine Trammell, die eventuell eine Mörderin ist. Allerdings hat sie noch mehr Waffen als das bloße Mordwerkzeug und denen verfällt unser eigentlich ganz netter Detective auch. Paul Verhoeven schuf mit Basic Instinct wohl den Erotik-Thriller schlechthin, der in den folgenden Jahren so einige Nachahmer bekommen sollte. Doch abgesehen von ziemlich freizügigem Sex und ein bisschen Blut hat der Plot auch durchaus eine richtig spannende Handlung. Verhoeven war auch Zeit seines Lebens nie ein Kind von Traurigkeit und gerne für den ein oder anderen Skandal zu haben, weshalb die Kultszene mit Sharon Stone und ihrem Beinüberschlag wohl nicht ganz freiwillig so veröffentlicht wurde. Geschadet hat es jedoch keinem und gerade Sharon Stone war wohl spätestens jetzt für viele das heißeste, was Hollywood zu bieten hatte. Michael Douglas ist übrigens auch so ein Kandidat, dem ich die Spitze einer Thriller-Darstellerliste zugetraut hätte, denn da kommen noch so einige Knaller mit ihm auf uns zu. Mein eiskalter, aber auch ziemlich schweißtreibender Platz 2 – Basic Instinct. Ich denke, die meisten werden sich darauf einigen können, dass Filme von Quentin Tarantino in der Regel bockstark sind, aber was das Genre angeht, tue ich mich bei einigen Streifen doch etwas schwer. Sein Erstlingswerk in Hollywood, das zwar nicht teuer war, aber umso mehr Wellen schlug, ist für mich dann noch am ehesten einem klaren Genre zuzuordnen, denn nach einem etwas missglückten Raubüberfall finden sich die Gangster in einem Lagerhaus wieder. Einer von ihnen angeschossen und zusammen mit einem Polizisten, der an einen Stuhl gefesselt ist. Jetzt gilt es also rauszufinden, wer der Verräter war und natürlich traut hier keiner irgendwem. Dass Tarantino für seinen ersten Langspielfilm gleich so Namen wie Michael Madsen, Harvey Keitel, Tim Roth und Steve Buscemi für sich gewinnen konnte, ist schon sehr beachtlich. Dass das Ganze allerdings gerade durch seinen Minimalismus so spannend, aber auch unterhaltsam inszeniert wurde, ist eine absolute Meisterleistung. Nicht umsonst wurde Reservoir Dogs von der Empire zum größten Independent-Film aller Zeiten gekürt. Ich kann auch nur hoffen, dass Tarantino seine Ansage nicht in die Tat umsetzt und nach dem nächsten Film Schluss macht. Mir persönlich würde da auf jeden Fall etwas Essentielles in der Kinolandschaft fehlen. Mein grandioser Platz 1, Reservoir Dogs. Ich finde, diese Reise durch die Thriller der 90er lässt bisher keine Wünsche offen. Egal ob Gangsterstreifen, Psychothriller, gesellschaftskritisch, experimentierfreudig und ausgefallen oder eben erotisch. Für jeden ist was dabei und jede Sparte hat so ihren ganz eigenen Meilstein zu bieten. Diese ploppen jedoch nicht einfach so auf, sondern müssen erst gedreht werden. Und die Männer hinter der Kamera werden hier mit Punkten versehen und gelistet. Mit dieser Folge sieht das Ganze wie folgt aus und wenn ich allein die Namen der Regisseure lese, ist das schon sehr beeindruckend. Scorsese ist also immer noch knapp auf der 1, dicht gefolgt von Rob Reiner. Dahinter kommen dann David Lynch, Jonathan Dam und Quentin Tarantino. Und da diese Leute in der Regel nicht jedes Jahr einen neuen Film ablieferten, kann hier eine Pole Position in einer Liste schon sehr viel durcheinander werfen. Es bleibt also spannend, vor allem weil ich mich hiermit in die Weihnachtspause verabschiede. Damit bleibt für euch aber genügend Zeit, mir eure Vorschläge an Filmen in die Kommentare zu tippen und ein Abo da zu lassen. Ich drücke natürlich allen die Daumen, dass der komische Mann mit Bart auch für euch den geilen Scheiß da lässt. Und wünsche euch allen besinnliche Weihnachten und einen entspannten Rutsch ins Jahr 2024. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, hier bei ungeschnitten.